Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Sagt nur, was ihr tun solltet! Unsere Sehnen sind gewachsen. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Ausrüstung zu bauen. Ich folge eurem Banner. Aufsitzen! Sagt nur, was ihr tun solltet! Bogenschützen, bereit machen! Auf die Bälle! Ich folge eurem Banner. Beeilung! Die sind doch recht schnell unterwegs, gell? Was haben wir denn hier? Hier kann ich hier hochpreschen. Und kann die ersten Bogenschützeblatt machen. Okay, dann gehe ich mal hierher. Das sollte mir eigentlich mit vier Pferden gelingen. Ein schöner Tag, mein Ort. Naja, ob der so schön ist, bin ich mir ja nicht sicher. So, wir haben eine bestimmte Zeit. Durchbrechen der Belagerung gescheitert. Der Herr stirbt. Durch Belagerung brechen der die Kiffen werden. Tag, fünf, wie viele Tage haben wir denn? Keine Ahnung, okay. So. Beeilung! Vorwärts! Mein nobler Herr! Mein Schwert ist das eure! Marsch! Die sind tot! Direkt ein Angriff! Und die haben da auch zwei Schwertkämpfer, sehe ich gerade. Hm, hm. Macht den Streitkolbenkämpfern! Ihr seid mein Gebieter, Herr! So, ihr kümmert euch um die da. So, hier um den. Hier kümmert euch um den. Und die vier... Da hin. Geht es in die Schlacht? Okay, jetzt auf die da los. Kommt. Schlag sie nieder! Alle auf die Truppen. Ja, genau. Macht sie tot, macht sie tot, macht sie tot. Wir kommen in Frieden. Wir müssen das bei die Wogenschütze. Bleib machen, den Rest kriegen meine Ritter dann von alleine hin. Und so wie es aussieht, ist was auch immer mich angreift. Ach, da ist die Truppe, okay. Schlag sie, Männer! So, die schaffen es auch nicht. Es ist schade, nicht da draußen. Bleib lieber drin. So, jetzt höre die da und bleib stehen. Wir werden angegriffen. Das ist mir auch aufgefallen. Ich kann aber auch keine Bogenschützen machen, gell? Aber nicht, keine Bogenschützen machen, ich will Bogenschützen machen. Ich kann nicht mal Bauern machen, ich kann gar nichts machen. Und ich habe keine Kronen mehr. Oh mein Gott, das kann ja was werden hier. Das kann da nicht platziert werden, Milo. Ja, das kann da nicht platziert werden, ich weiß schon. Ich lieb dich auch. So. Es ist Krieg, alle Menschen haben Angst und fürchten sich. Und der sucht, es kann da nicht platziert werden, Milo. Nein, wir sind zu unfähig, das da zu platzieren. Was bekümmert euch, Sire? Dass ihr nicht mehr zu fährt seid. Holt euch mal vier Pferde. Oh oh, oh oh. Schwertschmiede. Guten Morgen, eure Lordschaft. Das ist ein schöner Tag, es ist sein. Ich habe 18 freie Bauernplätze, also sollte das kein Ding sein, wenn ich jetzt noch eine... Ja, wie soll ich denn bitte... Na hä? Ah, okay. Na dann. Achso, ich brauche natürlich auch noch Rüstung, ne? Und jetzt wird mir die Ehre. Ah, ich kann hier eine Ehre kaufen. Äh, abhalten, jetzt habe ich... 400 Ehre. Okay, gut, das ging einfach. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Ja, 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 komm, lass mich in Ruhe. Dann verkaufe ich halt das da. So, und hier kann man auch noch ausverkaufen. Habe ich genug, habe ich genug. So, und dann kann ich ja noch... Ein paar Einheiten ausbilden. Und dann kann ich die... ...Armbrust schützen. Damit hochstellen. Da mannt die Brüstung! Hä? Steht hier jemand? Ne. Wir haben die das gemacht. Eure treuen Bogenschützen. Ihr verliert gerade. Euer Ernst? Ah, okay, gut, jetzt so. Sehr schön. Okay, ich muss weitermachen. Die sind zu fährt. Nobler Herr. Was seid ihr? Ihr seid... ...ne ganz schön böse Armada, würde ich sagen. Der Feind greift an. Naja, ihr habt ihr keine Chance. Sieht ganz gut aus jetzt. Wir sind eure Leute. Was seid ihr? Sagt nur, was ich tun soll. Hier lang! Alter, ey, das ist eine Übel zur Verteidigungsriege. Mein Schwert ist das eure. Ich brauche unbedingt Armbrust schützen, ansonsten wird das hier gar nichts. Dazu muss ich aber ausbekommen. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Äh, das sollte funktionieren, okay. Und ich brauche ganz dringend Armbrust schützen, was ich mir natürlich nicht... Welche ich mir natürlich nicht bauen kann. Das ist auch für ein Schöner Kars ist Zeit. So. Ich habe gerade verstanden, er lasst den Minecraft. Okay, gut. Ich habe einen Minecraft verloren. Du, 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 du. So, dann haben wir wieder ein bisschen Ehre bekommen. Und jetzt brauchen wir Asthma. Dann haben wir Paulus noch ein paar Mal. Und... Nicht genügend Gold. Ah, das Gold verschwindet so schnell. Warte mal. Können wir sicher? Ja genau, wir brauchen einfach mal hier das ganze Stein. Dann hier ist... Bier kann ich gar nicht verkaufen? Okay, aber die Kerze gar nicht verkaufen. Das Eisen kann ich mehr oder weniger auch ein bisschen. Na gut, Eisen lasse ich lieber. verkaufen und du verkaufst dich bitte bei 90 und du verkaufst dich bitte bei 150 so dann kann ich nämlich jetzt auch noch wieder truppen bauen auch das funktioniert wieder blenden sich ok und 17 bogen schützen ja ja bauern agathe bauer wird los geht's so jetzt haben wir eine kleine streitmacht aufgebaut und das sollte erst mal reichen auch hoffe ich war die andere ist auch und hat wieder einfach hunden nennen so es müsste ich natürlich am besten noch ein stall bauen aber die frage ist ob ich noch einen hinkriege die menschen liegen war ich kann einfach aus einem der feind greift an wird schon wieder mein nobler herr ihr geht zu fährt und ja muss ich auch noch welche genau ihr geht ebenfalls zu fährt geht es in die schlacht weiter unser beider schicksal ist eines sehe ich gerade da hinten die kann ich ja noch blab machen dann kann ich aber in der seite hochreiten die ja noch blab machen wir werden angegriffen wenn wir nicht die werden angegriffen zurück 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 warum sind jetzt so langsam greifen die mich jetzt an oder wo rennen die hin so würde ich sagen geht es in die schlacht 20 armbrustschützen haben wir hier na los doch aufs schnellste sind die schnell anbauen schnell damit schicken niemand kommt vorbei abwarten okay die waren auch sicher viel schaden oder haut sie tot los haut sie tut macht sie kaputt ja so wird sie viel schaden die sind ja echt beeindrucken na gut dafür dass das ritter sinn machen sei ich ziemlich viel schaden ja doch geht eigentlich geht 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 ihr seid mein gebieter herr so ihr geht noch das auch selbst den da genau eine große reichweite haben sie nicht trocken ist es sich hin und da wird geschossen die menschen gegen war was einer was machen die da hinten bitte marschieren wir ähm wait mal ganz kurz das ist ganz schlecht zeigt sie ihnen ok 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 komm schon wo wir werden angegriffen was bekümmert euch sei auf sie auf sie auf sie auf sie immer schön draufhauen auf die herren und sie gehen auf das ding los alter los drauf unser beider schicksal ist eines ok jetzt brauche ich auf jeden fall eine schnelle mauer wieder so und jetzt mein nobler auf die pferde alle zu fährt die pferde kommen gerade hier kommen noch zwei ok los so ich hoffe wir sind keine bogenschütze zu ok alle auf die kauf drauf 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 die drei gehen wir hier hoch sie sind tot ihr seid mein gebieter ok jetzt wird's knifflig die zänen na komm ich mach einfach alle auf die drauf geht es in die schlacht niemand drauf 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 kommt schon kommt schon das schaffen wir das schaffen wir oh fuck das sind echt viele habe ich habe aber noch keine ritter verloren die halten einiges aus die ritter allerdings hoffe ich mal nicht dass es zu heftig abgeht dass die leute dann immer wieder nachgespawnt werden wenn neue truppen kommen das hat man ja schon bei einer mission das sind immer wieder neue truppen haben die menschen lieben waren die gefühle für euch warte mal ihr kommt das weiter hoch ihr greift mal da oben an abwarten so jetzt dahin jetzt habe ich jetzt verliere ich meine retter mein schwert ist das eure ihr durft ruhig mit angreifen leute das ist euch gestattet okay sehr schön jetzt geht's ab meine sollten sich mal wieder kommen jetzt um den mit dem sollte ich vielleicht den ganzen tanker weg machen dann funktioniert das auch halbwegs die sache ist so gut wie erledigt dann können meine ritter sich um den rest kümmern so wie habe ich noch frei so alle auf den ritter anderen auf den mein nobel herrr herr auf dem feuer ok 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 na los auf den lagen haupt drauf immer schön drauf und immer noch schön drauf wo die ritter ritter gerade oh mein gott das problem an der sache ist der ritter greift immer weiter da bleibt dann aber stehen wenn nicht kein mecke so jetzt hört man auch die dahinten schnell alle